Wer wann warum mit wem verkehrt, von wo nach wo, wer wie oft fährt, wovon wer was und wie viel weiß, wer was wo kauft, zu welchem Preis, wohin wer wann und wie verreist und wie genau sein Passwort heißt, was und wie viel wer wo bestellt, wer was bezahlt, mit welchem Geld, warum wer wo auf welcher Liste steht, zu wem wer wie oft in den Chatroom geht, an wen wer welche Mails verschickt, wie oft sich wer auf welche Seite klickt, woran wer wann wie oft erkrankt, bei was und wo und wie viel tankt, wie hoch wer wo verschuldet ist, bis wann wer wo geduldet ist, seit wann warum und was wer wählt, zu welcher Käuferschicht erzählt, kurzum wer wo mit wem und wann, das geht euch einen Scheißdreck an.